Macht ja auch keinen anderen Sinn. Irgendwo alles... Da ist eine Karotte? Da ist eine Karotte. What the fuck? Okay, was ist das? Hoofbrinths. Hmm. Karotte. Schweine lieben doch Karotten. Wisst ihr neu? Also ich kenne mich ein bisschen Minecraft aus. Und Schweine lieben Karotten. Wo bist du, buddy? Oh! Ich hab was gehört. Oh nein. Ruben, are you in there? Woher soll ich wissen, wer Ruben ist? Schweine sehen doch alle gleich aus. Er müsste sein Schwein wiedererkennen. Ja, er müsste sein Schwein wiedererkennen. Okay, wir befinden ihn. Keine Sorge, Leute. Haltet alles steif. Rubery. Rubery. Oh. Du bist ein Böseschenchen. Ja, lieber weg. Ich hasse dich. Okay, lass uns weitersuchen. Ich find das irgendwie... Ich find das cool. Ich weiß nicht. Ich find das cool. Ruben, it's getting scary out here. Yeah, pretty dark and stuff, man. Okay, was haben wir hier? Smoldery... Smoldery costume. Kostüm, das ist von... Ruben, are you in there, buddy? Oh, jeez. Please don't be toasted, Ruben. Oh. Nee, oh, wow. Ich dachte gerade. Das war nur ein Hähnchen, oder? Keine Ahnung, was war das? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Nein. Ich hab keine Rüstung. Kein Schwert, keine Rüstung, gar nichts. So wie ich Delta Games kann, wenn sie jeden Monat eine Episode runterladen. Äh. Ja. Äh, ho. Ich meine veröffentlichen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Wieso müssen wir hier rein? Wieso sollte Ruben nicht hier reingehen? Oh. Mal ganz pausieren. Cool. Oh, wir sind wieder draußen. Holy shit. Ich wollte gar nicht. Bitte, da ist Ruben. Ruben. Ich finde dich. Zeig dich. Ruben. There you are. Böses Schweinchen. I'm glad to see you. You're in big trouble. Ich freue mich, dich zu sehen. I'm so happy to see you. Ruben will remember that. Oh Gott. Hi. Okay Ruben, keine Sorge. Ich hab alles unter der Kontrolle. Last then. Holy shit. I think. I think we're good. Oh. Holy shit. I think we made it. Ruben, kannst du break? Ah. Ruben, mach break. Oh Gott. Heee. Heya. Oh wow. Oh wow. Hi. Yeah. Hullschwitz. Oh wow. okay 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 Oh shit, da sind viele, das macht Spaß, ich bin irgendwie, nein, verdammt, hättest du dir vorhin nicht ein Steinschwert machen können, wenn du schon nach draußen gehst, um die Suhozeit I run and distract them, stay close, I protect you Run Nice Nice Eee Oww Oh drum Col Oh Song Okay und ein ruben was mit dem eigentlich ok wir haben hier ein paar fackern wenigstens wir können keine zombies spawnen das ist heftig Petra das ist heftig Petra das ist heftig Petra you could have gotten yourself killed don't worry so much I can handle myself there's this guy I'm meeting up with at Endercon he's gonna trade me a diamond for it why didn't he get it himself why didn't he just go get the skull himself he's not the kind of guy who has time to do something like that what kind of guy is he then the kind who understands the value of hard work wow wow what in a single day you went to the nether you killed a wither skeleton I mean I did build a super cool statue but still it's pretty sweet being you huh you know you could come with me oh it's been nice I mean if you're too nervous I totally get it I'm all in you want me to come with you consider it my charitable act for the day I'll consider it whatever you want me to consider it as long as I get to come you just keep a crafting table down here comes in handy since that wooden sword of yours got busted you're giving me a new one even better you can make your own one stick plus two stones equals one sword okay ey das ist cool just grab what you need oh okay thanks kann ich das Eisen nehmen oder so nice ass no we're just stealing from whoever was dumb enough to leave this here of course it's mine just making sure oh here we go jackpot okay okay muss ich das tun just place the pieces on the table okay click on crafting items eh was come on jesse we don't have all night yeah 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 ah 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 okay 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 nice haha what the fuck see isn't it better when you make it yourself Wow wow Heh wieso hatte sie kein schwert, huh? wieso hatte sie kein schwert, HE Oh man, Looks like Lucas and his ocelots won again. Sorry, Jesse. But you've got to admit, that beacon does look pretty sweet. Yeah, yeah. I just wanted this to be the year we finally beat that jerk. You know, Lucas may be kind of arrogant, but he has come through for me in tricky situations. You might want to get to know him. Just in case. He's good at building, that's for sure. It's always useful to have a guy like that around. Yeah, okay. Yeah, vielleicht hast du ja recht. Some of us will never be cool. Haha. Wow. Creepers. Shit. Crap. Oh damn, man. Oh oh. Shoulder dance. Shoulder dance. Ins Wasser. Kei-chan. Shoulder dance. There's only one way off this bridge. So was von shoulder dance. We jump. We fight. We jump. Alright, let's jump. Dance, shoulder dance. Woohoo. Holy shit. Yay. Woo. He's sepish. Hahaha. Minecraft Story Mode. Woo. Ich meine, man nimmt dem Wasser eh keinen Schaden. Küss mich. Hi. Hahaha. Holy. Oh nein, die haben Hühner. Spaß. Haben sie nicht alles verdient. Was zum Teufel. Yeah. Woo. I, Flittermäuse. Yeah. Also, soweit ich, soweit ich das weiß, nimmt man Kei-chan, wenn man ins Wasser fällt. Yes. Yes. Diese Teile dort, also die Kaulquappen oder die Tintenfische, sind, ich glaube, nicht gefährlich. Also, die haben mir noch nie was getan in Minecraft. Endercon. Ich hatte zu viel Angst, ihn da zu lassen. So, when we're making the deal, I need you to let me do the talking. Okay? I just don't want anything to screw this up. Or anyone. Talking is not what I do, man. Just do me a favor and suppress your inner talent, okay? Jesse. And Petra? Hey, you all know Petra, my new super close friend. We're super close now. We ran into each other while I was looking for Ruben. Couldn't find him either, huh? I'm sorry, Jesse. We look everywhere. I saw him, but before I knew what was happening, we were under attack by a zombie horde. I told him to run. It was for his own good. What were you doing in the woods, Petra? Nothing. Just drawn by the sound of Jesse's high-pitched screams. I would have been spider bait if she hadn't found me. I gotta admit, I'm pretty bummed they won. Again. I mean, there's no way we were gonna let you go after Ruben by yourself, but it's okay to be a little disappointed, right? We're like a lot disappointed. The saddest of the sad sex? Wer wäre nächstes Jahr gewesen? We'll get them next year. I don't know, Jesse. The spirit is willing, but the flesh is sad. Hey, if you first don't succeed, then, uh, succeed later than originally planned. Verdammt, ich hätte die da lassen sollen. Hey, Jesse. It's time to go see about that... thing. Oh, right. The thing. Settle. Yeah? As a punch to the face. Axel and I, we're gonna head into Endercon anyway. See you in there? I heard somebody saying there's free cake by the map booth. Hurry. We're supposed to meet in the alley over there. Dark, dark, very dark in here. That's weird. He said the dark, creepy alley close to the gates, but he's not here. Maybe he's late. Are you sure this is the dark, creepy alley he meant? Hmm. Hmm, I was. Okay, new plan. You stay here, just in case this is the spoty meant, and I'll look around. I guess I could have heard him wrong. Then again, I've never gotten a meetup spot wrong before. Ja, das hört sich nicht richtig an. Ich muss Entscheidungen besser treffen können. Das fällt mir manchmal extrem schwer. Jemand ist hinter mir. Wer bist du? I won't. I'm ready to deal. I'm her partner. Nicht so schnell. Nicht so schnell. Nicht so schnell. Ja, let's do this. Ja, let's do this. We should just do this thing. That's what I thought. Proceed then. Einer hat da lieber aufpassen sollen. Wow. Yeah. Was für ein Spaß? Er hat uns verarscht. Niemand verarscht uns. Let's go. La, la, la. Und wieder Ten. Alles klar. Ich will lieber Ruben finden. Wo ist Ruben? Okay, ah, ich kann. Okay, 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 okay. Sellouts. Okay, wir gehen einfach mal hier durch. Okay, ich weiß, wie er aussieht. Gabriel, Gabriel. Ascha. Ich gehe da nicht hin. Ich will ihn finden. Lukas. Ich frage mal Lukas. Ich frage mal Lukas. If it had, you know, burn down or whatever. Ah, ich kann nicht drücken. Nice building with you. Hasse das. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass du einen schrecklichen Mann mit longen Haaren und eine Beard roaming around hast, hast du? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß, dass du Petra aus einem Diamant schaffst. Oh, oh. we're cool yeah we're cool 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 beans coolio coolio coolness yeah okay bestand lalala alex okay reden wir mal mit ihm hühner so viel besser als hühner er hat seine seine augen zugewachsen ich werde mich jetzt nicht abgelenkt von seiner augen komplikierte mean the birds for no reason it's just when something like this calls you got a answer but i swear as soon as them we can't find him alone really need your help axel we don't find this guy find i was looking i just got the spice you seen ruben i was hoping you might have made it to town while i was distracted haven't seen hide nor hair but i'm sure he's fine he's a tough little i am axel all right all right all look after i watch one more chicken get on some type sicher dass er es ist ich glaube er weniger nee das ist er nicht ähm nicht jetzt ein nervt nicht yeah verpiss dich du lappen alter ich zeig dir wer dein dad ist spasti alter geht mir auf die nerven gleich der schlag ins gesicht am besten er wird nicht hier stehen bleiben oder ich wusste es ich wusste es schon mal dein live girl oh ich komme la 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 was für eine kleine bitch alter gleich eine schale ins gesicht spaß wahrscheinlich keine frauen nur ab und zu solche nein auch nicht ich bin schott อะ nicht nichts los dich los 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 Ja!